Als ich jünger war, hatte ich eine Reihe von Visionen. Und am Ende jeder einzelnen Vision ging mir ein Bild nicht mehr aus dem Kopf. Was haben Sie gesehen? Ich sah eine Nonne. Die Kirche erfuhr von meinen Visionen. Ich wurde gebeten, einen Priester zu einem Kloster in Rumänien zu begleiten. Das Kloster hat eine lange Geschichte. Walak. Nicht nur Gutes. Was? Finitec Deo. Gott endet hier. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns in der Erste und in der Stunde unseres Todes. Amen, Amen, Amen. Schwester, bitte, hier entlang. Hallo? Schwester, bitte, hier hinaus zum Glück. Ich bin ja, okay, bitte, hier auf repairer den Verstift. Ich bin ja, okay. Aber ich bin ja, okay. Ich bin ja, ich bin ja, okay. Du bist dmalig, du bist, danke dir. Außer, aber ich bin ja. Ich bin ja... In der否 Zeitung. Vielen Dank.